Hi, mein Name ist Thomas Foster und vor der Tür steht sie, die Adventszeit. Denkt ihr dazu auch dasselbe, was ich denke? Ja? Denkt ihr auch, wie kann ich in der Adventszeit noch fettere Kicks, noch durchdringende Hooklines und noch bestechendere Vocals machen? Dann habe ich eine tolle Nachricht für euch. Ich habe meine wichtigsten Produktionstipps auf exakt 24 reduziert und werde euch ab dem 1. Dezember täglich eine davon präsentieren. Egal ob ihr auf FL Studio, auf Ableton, auf Logic, Cubase oder irgendeiner anderen Produktionsplattform arbeitet, der Musikproduktions-Adventskalender bringt euren Track so richtig nach vorne. Also, wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Auf Facebook oder YouTube Thomas Foster Music Production. Den ganzen Advent täglich um 19.30 Uhr gibt es die YouTube-Primäre einer weiteren Folge, die ihr nicht verpassen solltet. Am 1. Dezember geht's los und bis dahin sage ich, immer schön kreativ bleiben. Cheers!